Du hast schreckliche Dinge getan. Das kannst du doch nicht leugnen. Ich möchte es nicht. Ich bin eh bald weg. Stella, die Amis lassen, ich kümmerein. Hier ist eh bald Schluss für euch. Bleiben Sie mal stehen. Sie kommen jetzt noch mit aus Präsidium. Ich bin übrigens Rolf, vier Vierteljude. Rolf ist ne echte Granate. Kennkarten, Pässe, Amis. Ich kann euch auch solche Ausweise besorgen. Das hab ich hinter vollen Schussreis gemacht. Du bist eine sehr besondere Frau. Ich weiß. Sie sind froh. Ich kann das nicht machen. Was kannst du? Ich kenn dich. Es ist leider teurer geworden. Ich brauche 2.000 mehr. Du bist ne Gütele. Wo wohnst du, Herr? Ich weiß es nicht. Vergeblich hat eine blonde Frau über ein guter Mann verredet. Ausweise hätte ich gerne mal gesehen. Mach es! Ich muss danach bitte ein bisschen aufräumen. Du hast mich aufgemacht! So sieht die Zeit. Geh mit oder geh unter. Hau ab schnell, jetzt überall Gestapo. Wir machen doch genau das, was du machen musst. Stella! Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Stella, das Leben blickt doch gerade erst an. Klingt wunderbar.